Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Forest aka The Frost mit den zwei Hallodrichs dahinten German und Kakumel. Ich schwimme gerade hier noch im See rum, keine Ahnung warum eigentlich. Ich wollte gucken ob es hier irgendwie eine Höhle eigentlich gibt, weil wir wollen jetzt... Was wollen wir machen? Nicht bauen, sondern eine Höhle suchen und noch eine neue Höhle. Die wir noch nicht erkundet haben. Ich hoffe das gelingt uns auch. Hat da da hinten glaube ich vorhin einer markiert. Äh, die können wir eigentlich gehen. Ja, dann weise uns den Weg. Warte mal, ich guck mal was. War das? War glaube ich die da hinten. Weil so viel ist hier noch nicht... Da vorne? In der Höhle waren wir noch nicht, ne? Da. Wo? Da hinten? Ne, da waren wir noch nicht. Ne, da waren wir nicht. Dann gehen wir da hin. Das war nämlich die, die ich vorhin gefunden hatte und die ich markiert hatte. Was ist noch Baumstämme? Ich kann sie auch später nochmal mitnehmen. Gut, dann machen wir das jetzt. Ja, dann machen wir das mal aus. Dann noch früher Morgen gerade hingeben, da passt das gut. Was ist denn das? Eine Distel. Ich guck mal, ob hier nochmal die, äh, die neue, die rote Farbe respawn ist. Ja, ist sie. Was? Hier drinnen ist ne rote Farbe. Wieder. Oh. Ja, am Ende des... Ach, hier sind auch Baumstämme. What, fuck? Was ist ein Baumstamm aus dem... Moin. 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 So, rote Farbe. Komm her. Rote Farbe, komm her. Ja. Damit hast du dir die rote Farbe wieder abgewaschen, ne? Cardi. Nee. Hab ich noch dran. Achso, okay. Ja, auf zum gelben, äh... Ja, zur, zur Markierung. Ich wollte hier nur mal kulturelle Andenken zerstören. Alles mit dem was geht. Wir brauchen... Ja, Stickys vor allem. Wir brauchen halt noch das Katana, ne? Und das Cockpit müssen wir ja auch suchen. Und den Bogen. Den Bogen und den Camcorder, damit wir die Videokassetten abspielen können. Oh ja, stimmt. Kann man eigentlich eigene Videos aufnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich... Hab keine Ahnung. Ein Let's Play im Let's Play. Nee, ein Tutorial im Let's Play. So. Ja. Weil wir wollen ja hier überleben, ne? Und Timmy suchen. Genau. Und einen Sohn retten und dann gerettet werden. Also, also machen wir ein Tutorial plus, äh... einen Blog, äh... Was noch? Oh lol. Was geht denn hier? Ach, da ist die Höhle schon? Ja. Ja. Ah, okay. Warte mal, Dominik. Ich komm, weil ich hab keine Ausdauer gerade. Hm, ich auch nicht. Ich muss nur kurz Ausdauer... gestornen. Und dann nehme ich mir noch ein paar Stickys mit, falls wir da unten irgendwie ein Feuer machen müssen. Hallo, durch. Nein, durch. Oh, das wollte ich nicht. Geil. Okay, ich hab 20 Sticks dabei. Boah, ich hab gar keine Sticks, glaub ich, mehr dabei. Ja, dann sammeln schnell welche. Ach, krass, schnell. Und Fleisch und so. Ich hab nämlich gar nichts dabei. Sogar essen und trinken gibt's meistens mal unten genug. Okay, es liegt nicht wie ich bei. Ich glaub, das funktioniert nicht. Nee, funktioniert doch nicht. Ich muss warten, bis ich wieder rauskomme. Okay. Egal, komm. Es... Wird geladen. Okay, ich hab eine Notiz bekommen. Oha. Was ist das für ein Passagier? Hallo. Oh, der droppt Geld. Dankeschön. Wir droppen alle, meine ich. Okay, okay, wir sind in einer komplett anderen Höhle. Da war ich selbst noch gar nicht. Ey. Ich komme. Willenadventure to go. Da steht doch irgendwann mal. Woll. Wow, leg. Ja, bei mir hat's auch grad gedeckt. Oh, hier geht's wieder weiter. Guten Tag. Oh. Don't be afraid to believe. Jaja, das hatten wir ja schon. Ach, die beten alle Muschiklaus an. Verstehen. Hallo. Warte mal. Passagier, bla 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 bla, hab ich gefunden. Hat noch jemand Geld dabei? Nimm gerne an. Kannst du mir Geld leihen. Oh, ich kann keine Ohren mehr nehmen. Krass. Ne, ich auch nicht mehr. Vier Stück können wir maximal nehmen. Vier Stück, dann habe ich jetzt schon mehr als genug dabei. Guck mal da unten. Muschiklaus und... Muschi? Wo ist die Muschi? Ich sehe keine Muschi. Oh, da ist halt auch immer ganz viele Arme. Nein! Oh mein Gott. Au. Es ist Galoppel-Heinz. Jaja, ich überlebt. Es ist Galoppel-Heinz. Ich komm wieder hoch. Es ist Galoppel-Die Galoppel-Heinz. Bleib mal weiter rein in die Höhle. Er steht weiter hinten. Ich muss mich erstmal kurz heilen. Warte, ich geh aus dem Weg, dann kannst du da hinten links. Es ist der Galoppel-Die Galoppel-Heinz. Was liegt denn da? Wo? Irgendwas streckt da... Der ist doch tot! Okay, die Höhle... Der Ei-Toter liegt da, ja. Aber der lag da die ganze Zeit schon. Ach kack, warte mal. Ich muss mal kurz, äh... Huch! Ich geh runter. Scheiße, ich hab kein Aliveira mehr. Ich hab jetzt auch nichts mehr zum Essen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, ich... Ich hab mal die Kettensäge ausgerüstet. Vielleicht einen Molly bereit halten? Ich weiß nicht. Oh, sie bilden uns an! Aha, stimmt ja. Pst! Da war ja was! Pst! Oh, ich find das sau entspannt. Was ist das denn hier? Das können die Stunden lang zuhören irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, ne, das ist... Ähm, es ist Galoppel! Woah! Ich kümmere mich mal um den... Was ist das denn hier? Köl, was war das denn? Aber Vorsicht! Boah, es ist laut! Boah, es ist laut gewesen gerade! Ja, hat doch gut geklappt, oder? Was war das denn? Mach die Kettensäge aus! Das macht die verrückt! Was hab ich für die Arme! Was ist das? Ich glaub das ist nix! Ja, einfach nur so als... ...mahn oder so! Was ist nix? Ey, wow! Alter! Ach! Äh, lol! Okay, das geht aber sehr tief runter! Da fall' ich nicht runter diesmal! Ich dachte gerade auch erst so... Hey, das ist doch die Hürde, die wir schon mal drinnen waren! Aber nein, das ist die nicht! Das kann's definitiv nicht sein! Ne, alter Schwede! Müllige Arme! Habt ihr eigentlich noch Batterien? Ich hab gar keine Batterien mehr! Ich auch gar nicht! Ich hab fünf! Du hast fünf Batterien? Ja, ich habe meine Dings auch noch nie, äh, benutzt! Oh, trinken! Ja, meine Taschenlampe ist fast jetzt aufgebraucht! Also ich bräuchte weniger Batterien! Oh, hier gibt's Sachen, warte mal! Kaufer! Lübitat! Ah, nur Stoff! Obwohl... Ja, egal, kann man ja nie genug haben! Ja, eben! Oh, Babys! Babys! Ich bin die Schiller-Mami! Noch ein Baby! Wow! Down! Alla dead! Wow! Danke schön! Kleidung! Seile hier sind wir! Kleidung, Kleidung, Kleidung! Oh, hier sind Flares! Du hast was für German? Boah, ist wie so laut! Er ist? Irgendwie gerne! Wir sind noch... Wir sind noch... Ich weiß nicht, ob jetzt die halben Körper als Passagiere zählt! Ich bin mir nicht sicher! Ich glaube nicht! Doch, doch, die zählen damit! Nee! Nee! Hä? Nur die ganzen! Ja, nur die ganzen! Ja, nur die ganzen! Hier sind noch Seile! Ja! Okay, wir können hier runterklettern auf jeden Fall! Das ist schon mal gut! Ja, wir können, glaube ich, auch laufen hier, oder? Weiß es nicht! Weißt du, was ist runter? Na, man kann auch hier runterklettern! Wow! Da fahre ich nicht runter! Oh ja, das ist ziemlich tief! Wollen wir hier klettern oder da drüben an der Wand runterklettern? Ich glaube, wir klettern erstmal an der Wand runter! Weil da scheint's auch irgendwie... Aber das ist noch tiefer, ne? Okay! Jetzt komm ich hier nicht nach! So, Pickaxe! Jetzt runter! Okay! Hier ist es zum Angelupschen! Ich sehe nix! Was ist das denn? Buschiglaus, oder? Ne, Galoppel! Ne, Galoppel ist das! Oder? Ich weiß es nicht! Galoppel! Das ist Galoppel-i! Ja! Ich schmeiße mal eben ne Flair runter! Mhm! German, der Flair-Meister! Ey, dafür sind die Dinger da! Ja, ja! Ist ja auch richtig! Du kannst auch extrem viele von tragen! Darfst du ja auch! Hier ist einiges matschiges Totes! Ja, da hinten! Warte mal! Ich schmeiß auch mal ne Flair! Ja! Wo sind denn die überhaupt? Ach, da hinten! Vergesst nicht, ne? Im Wasser sind die dann... Aus! Und aus! Ja! Oh sorry! Oh, oh leu! Oh! 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 Was ist denn das? Ach, der Pedometer ist wieder da! Ja, was? Der Pedometer, der misst unsere Schritte! Ritz-Eller! Okay, wie mach ich den denn dann? Weiß was! Muschiklaus! Wo? Da lang! Oh, ja! Oh, Muschmusch! Moin! Warte mal, ich mach mit Feuer! Oh! Vorsicht! Vorsicht! Okay, sie brennt! Ja, komm mal, Alter! Puh! Brennt! Oh, Haaspray! Okay, ist down! Sehr gut! Du hörst mit dem Tennisbeil! Alter, wieso haben wir so viele Tennisbeile hier? Was soll der Scheiß? Äh, oh! Moin! Hawaii! Wow! Da ist noch welche! Sie scheinen Angst zu haben! Woah! Yeah! Ein Tennisschläger? Alter! Und das! Hat so viele Tennisbeile! Da hier! Ein Tennisschläger? Okay, wir haben wenigstens Snacks! Ich sag ja, hier, du stirbst hier unten so gut wie gar nicht! Noch ein Haaspray! Was ist denn das? Ist das Mutantenrüstung? Ne, was ist das? Ach, Tennissbälle ohne Ende! Läu! Aber eigentlich ein Headshot, doch! Tennis-Schläger! Ja, ja, das ist ein Tennisschläger! Kann man daraus machen? Ja, schlagen! Schlagen! Ich will ihn mal ausprobieren! Bleib stehen! Du hast einen Pfeil vor mir! Gib mir meinen Pfeil! Ich mach ihn wieder! Ich guck, ich probier mal den Tennisschläger! Ach, den kann man als Waffe nutzen? Ja, ja! Oh, nice! Wow, wie er hier drin liegt! Alter Schwede! Oh, hier liegt ein Benzinkanister, sehr nice! Oh, den brauch ich! Oh, und hier ist ein Lagerfeuer! Sehr, 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 sehr gut! Das Lagerfeuer liegt! Was ist das? Das ist nix! Was ist denn mit den Dingern hier eigentlich? Nix! Nix! Ist noch ein Louis Vita? Oh, hier kann man Klamotten wechseln! Ach, hier wäre mehr! Was hab ich jetzt an? Äh, Tennis-Klamotten! Tennis-Klamotten? Oh, die das fahre an! Find ich lustig! Gut! Na komm mein Fleisch, komm, komm! Ach, John, dann breit sich noch was! Ja, eben was, kurz snacken! Oh, wie schön das aussieht! Aber war's da schon wirklich hier? Mit der Ecke? Ja, mit der Ecke ja! Es gibt ja noch... Das ging ja noch weiter! Das ging ja noch viel, viel tiefer! Darauf erstmal noch ein Stück Gläschen Wein! Was hab ich denn jetzt an? Auch Tennis-Sachen, oder was? Äh, warte! Äh, ja, ich glaube! Das sieht man nicht wegen der Rüstung! Genau, das siehst du wegen der Rüstung nicht! Ja, stört mich nicht! Okay, dann! Schau mal weiter! Habt ihr die Decke schon angeguckt? Wie schön! Ja! Ich find das extrem schön! Rutscht in den Kammer! Da war grad irgendwas lautes! Hab ich nicht gehört! Musch, musch! Ach, da geht's ja auch noch weiter, oder? Wo kommen wir... hä? Und wo kamen wir? Hier rechts? Hier rechts lang! Rechts, ne? Oder waren wir hier schon... Ah, ne, hier geht's noch weiter runter! Äh, ne, rechts! Ja, genau, da ist richtig... Oh, Alter! Oh mein Gott! Alter! Okay, hier geht's jetzt richtig runter! Boah, es ist so laut! Ach, du Scheiße! Alter! Was hab ich denn hier für ne Höhle gefunden? Alter, weißt du, wo meine Flair gelandet ist? Ich seh's grad ganz unten! Ey, guck mal auf meine Arm! Guck mal auf meine Arm! Siehst du die Augen? Beide, ja! Ich hab's ganz gesehen, als ich runtergehangelt bin! Wir warten noch bis German los, okay! Jo, vermuuuuglich! Geht's da erstmal bis ans Ende der Welt! Warte mal, ich geh erstmal da ganz rüber! Ja? Was ist los? Kollege! Was ist los? Ich geh schon mal nach unten, ja! Ja! Boah, Alter! Okay, hier geht's nicht lang! Ne? Ist da irgendwas? Ne, bei mir ist hier nix! Hier geht's noch nach oben wieder! Ja! Dominskos ist grad nach unten! Okay, dann geht's auch nach unten! Ich nehm! Ja, ich nehm das sein mal! Welches? Ja! Wie die Augen, ey! Auf meinem Arm! Es ist so eklig! Pass auf, weiter nach rechts! Rechts! Was? Ja, oder links! Was? Wenn du jetzt zu weit nach unten gegangen wärst, wärst du unten abgerutscht! Oh, okay, krass! Weil da unten ist kein Ketter, äh... Keine Ketter hinten mehr! Da drüben ist aber! Ah, okay! Ist bei euch was? Zum Aufsammeln? Ja, ja! Wir kommen hier auch runter! Achso, ne! Ne, ich meinte zum Aufsammeln! Hä? Man kann die Flares mit irgendwas kombinieren? Die Flares! Haha! Ich bin jetzt noch mit dem Zahnrad, aber das zeigt mir nicht an, was man damit kombinieren kann! Okay, ich seh grad nen Eingeborene, der hat mich schon gespottet! Den kann man für die Flergang später, oder? Denk ich mal auch! Seid ihr unten? Ne, äh, wir müssen zu dir! Auf die Seite! Irgendwas trampelt bei mir unten, ne? Boah, kann ich hier nicht irgendwo abspringen? Dann warte! Dann warte noch offen! Ja! Boah, es ist so laut auf meinen Ohren! Ach, ihr seid da! Ihr müsst doch einmal rumlaufen! Ne, wir müssen rüber zu dir! Ah ja, mein ich ja! Da gibt's wirklich keinen Weg runter, außer bei dir! Ja! Oh, Leute! Ja, die schreiben mir schon, die haben mich schon entdeckt! Ah, schieß! Bist du schon grad unten? Ne, ne, ne! Ich häng hier noch! Am Seil! Okay! Okay, dann geh ich jetzt... Jetzt lass ich mich auch fallen! Also runterseilen! Und... Jetzt bin ich unten! Komm mal! Hallo! Kollege! Boah, Alter! Oh, Babys! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Ich hing fest! Ich hing fest! Jetzt! Meine Kämpfe geht nicht! Tank nachgefüllt! Nein, er ist nachgefüllt! Da ist noch mal, Levi! Komm mal bitte zurück hierher! Okay, ist tot! Hm? What the fuck? Ich hing hier fest! Schaut euch mal bitte diese... diese Treppen an! Die hier auf dem Boden sind! Ja, ja, das sind diese Tore, ne? Ja, ja, genau! Das ist wieder... Hier ist wieder irgendwas Besonderes! Da hinten? Jetzt da hinten oder? Nee! Oh mein Gott! Okay, ich glaub wir sind hier irgendwie ganz grad... von irgendwas... Boah, weg hier! Es ist saulaut! Ja, so tief wie es hier ist, ja! Ich guck mal kurz auf die Karte wieder! Was haben wir denn hier so schönes? Wir sind immer noch... Lass dein Mikro innen! Oh, Entschuldigung! Oh, Leute, das ist aber sehr dunkel da unten, was? Ja! Nee, hier ist nur eine Tür! Hier geht's irgendwo lang! Oh, Leute! Entschuldigung! Ich hab grad schon immer nachgeworfen! Alter! Das ist dunkel! Wisst ihr was? Stopp! 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 Wir sind bei 19 Minuten! Wir machen jetzt einen Cliffhanger! Es tut mir leid! Meine Schuld! Dominik! Ihr dürft mich hassen! Kaku mir dürft ihr hassen! Kommt auf meinen Kanal und hasst mich! Hass! Hass! Dann wünsche ich allen Zuschauern noch einen schönen Tag! Wir bedanken uns auf jeden Fall für das Zuschauen! Schaut bei den anderen vorbei! Unten verlinkt wie immer! Bei uns allen freien ist das so! Und jetzt weiter gehen wir in der nächsten Folge! Richtig! Viel Spaß dabei! Bleiben bei uns! Tschüssi! Tschüss! Ciao! Tschau…